Hallo zusammen zur Kaffee-Runde. Ich habe es doch noch geschafft, vor dem Urlaub eine aufzunehmen oder bin gerade dabei. Also schauen wir mal, dass wir euch noch eine gute Runde präsentieren. Ja, ich fliege wahrscheinlich leider mit zumindest einer Boeing. Also hoffen wir mal, dass die Leute mit den Schraubendrehern mit dabei sind und wir da irgendwie heil nach Asien kommen und vor allem auch wieder zurück. Aber das wird irgendwie schon klappen. Ansonsten ja, keine gute Woche für Bären. Es hat vor allem wahrscheinlich um den Mittwoch herum wieder einige Portfolios zerstört. Da sehen wir später auch auf der letzten Folie einige Auswirkungen oder warum das wahrscheinlich der Fall war. Und ja, es gibt halt immer noch einige Permabeeren. Das soll auch jedem überlassen sein natürlich. Aber man sollte langsam akzeptieren, dass nach einer gewissen langen Zeit es halt dann irgendwann kein Bärenmarkt mehr ist. Aber ja, jeder ist ja seines oder ihres Glückes Schmied und von daher kann man da auch nur begrenzt helfen. Die Earnings-Season geht so langsam in den letzten Zügen. Wir haben mehrere kleinere Dinge, vor allem auch aus dem Kryptobereich. Ja, Dienstag wird hoffentlich nicht mehr so viele Leute interessieren. Aber falls ihr da noch irgendwelche Hoffnungen habt, passt einfach auf. Kann natürlich wieder ein wenig volatil werden. Aber ansonsten würde ich diese Woche eher auf die wenigen News schauen vor dem Wochenende. Wir haben vor allem Donnerstag eben die GDP-Zahlen aus den USA und auch die Unemployment-Claims. Wer sich die FOMC-Statements angesehen hat, wird sich darüber bewusst sein, dass Paul da wieder sehr, sehr viel Wert drauf gelegt hat und sie jetzt die Arbeitslosenzahlen bzw. den Arbeitsmarkt generell einfach mehr beobachten werden. Ansonsten haben wir durch die Bank weg wieder ein paar FOMC-Speaker. Am Freitag dann Paul. Da kann natürlich schon nochmal was kommen. Aber ja, hätte eine etwas leichtere Woche, würde ich sagen, im Vergleich zu den letzten. Und wir schauen uns ansonsten auch mal die Charts an. Neues Allzeithoch. Gibt es wenig zu diskutieren. Nach Mittwoch ging es dann nur nach oben. Es wurden sehr, sehr viele Hedging-Positionen natürlich aufgelöst. Und die Euphorie war da. Am Freitag gab es dann auch, wie erwartet, tatsächlich einen kleinen Abverkauf. Ja, sonst. Wir steigen nach oben. Historisch gesehen und rückblickend auf die letzten Monate wäre sicherlich mal ein Retest der 20er interessant. Aber solange das nicht kommt, geht es weiter nach oben. Es steigt, steigt, steigt. Wir sind jetzt sogar bei der 200er Emma auf dem Daily knapp bei 4.750. Also so stark runterbrechen, wie viele Bären, die es noch überlebt haben, vermuten können wir realistischerweise gar nicht so stark. Und ich denke, die 4.000 ist dann auch in etwas weiter Ferne. Aber sicherlich wären Rücksetzer vielleicht mal an der Zeit und sinnvoll. Aber solange es da einen Katzenspanz in der Sicht gibt und auch keine Anzeichen für etwas anderes, gibt es da wenig zu diskutieren. Bei den Tech-Werten sieht es sogar besser aus. Sie haben ja in der letzten Woche ein bisschen mehr geschwächelt als der S&P-Gesamt. Hier haben wir nur einen kleinen Doji. Im S&P sind wir dann doch ein wenig stärker runtergerastet. Wir haben auch in Allzeithoch ein neues gebaut am Donnerstag. Wir hatten hier den Retest schon. Deshalb erwarte ich ein wenig, dass wir da im S&P vielleicht auch nochmal was sehen. Aber ja, higher highs, higher lows. Die Story geht weiter. Das heißt, idealerweise, wenn wir mit dem bullischen Narrativ gewahrbleiben, dann schließen wir, wenn wir einen Retest haben, mit dem Body über 18.50. Und im S&P über 5.190, sagen wir mal. Dann bleibt der bullische Trend weiter intakt. Und ja, die Katzen sind wieder auch gut dabei. Ja, wenig sonst zu sagen. Folgt einfach dem Trend. Es bringt jetzt nichts da groß, gegenzutrenden. Auch wenn natürlich die entsprechenden Shorts relativ groß waren. Wirklich rechtzeitig schließen und mit dem Gewinn happy sein. Und ja, bei den Small Caps haben wir tatsächlich einen schönen Recap. Wir haben hier kein neues hochgebildet. Wir sind ja noch ewig weit vom Allzeithoch entfernt. Aber dennoch haben wir einen Retest der 20er SMA auch hier erfolgreich geschafft. Und der Abverkauf am Freitag hat es nicht geschafft, hier nochmal einen Retest zu erwirken. Kann am Montag natürlich kommen. Aber hier haben wir zumindest den starken Downtrend von über einer Woche abgehalten. Hatten auch keinen 50er Daily Test. Also das ist dann noch verhalten. Bullish, auch wenn hier das Higher High noch ausbleibt. Wäre schön, wenn wir das vielleicht in der nächsten Woche noch hinkriegen würden. Und dann ist auch dieser Trend intakt. Sieht soweit auch okay aus. Der Dollar, wir haben jetzt wieder eine positive Korrelation. Also Dollar steigt, Indizes steigen. Da einfach ein bisschen aufpassen. Der hat seinen massiven Retest hier diese Woche geschafft. Also hier haben wir eine Kulmination von allen Daily SMAs gehabt. Und wenn wir hier auf die Weekly gehen, war das letztlich der 50er Weekly Daily Test. Und wir haben jetzt sehr wahrscheinlich um 104, ihr kennt ja unsere 104er Marke, knapp 104.3, den Backtest von unten, von der 100er Weekly vor uns. Und ich denke, das dürfte dann nächste Woche auch wahrscheinlich so kommen. Und das korrespondiert eigentlich hier mit dem High-Retest vom letzten Drop. Also ja, das könnte wahrscheinlich vorkommen. Der WIX wurde wieder runtergeprügelt. Die Volatilität ist also wieder gut für Indizes, gut für Aktien. Und das Hedging wurde auch entsprechend aufgelöst ab Mitte der Woche. Also das ist ein Grund. Auch wenn wir uns den WIX anschauen, eben der Anstieg dürfte eben pre-FOMC begründbar gewesen sein. Und nachdem das ein Non-Event war, beziehungsweise das, was alle erwartet haben, eingetreten ist, hat man die vorsichtigen Hedging-Positionen gelöscht. Und die Comments von Powell haben da auch ihr Übriges natürlich dazu getan. Und jetzt sind wir wieder in seichten Gewässern unterwegs. Und es besteht erstmal keinen Grund für größere Hedging-Aktionen nach Ansicht der größeren Trader. Also sollten wir es dabei belassen und es ihnen ein wenig gleichtun. Gold konsolidiert, Spike nach oben. Das sieht soweit sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Man könnte hier einen Retest erwarten. Allerdings werden wir hier noch eine Woche weiter konsolidieren. Ist die SMR20 auch da oben und dann hat sich der Retest in der Konsolidierungsphase fast erledigt. Wenn wir einfach mal aus Spaß ein Standard-Deviation von dem Judas-Swing auf dem Daily hier nehmen und das Ganze nicht mehr gelb machen. Nein, beziehungsweise nein, wir haben hier unten. Und das Ganze auf Standard-Deviation machen. Nein, will ich nicht. Ich würde ganz gerne sie einfach benutzen. Danke. Also, wir haben eine wunderschöne Konsolidierung um 2-2,5er Bereich, so wie es sein sollte. Und eigentlich, wenn wir diese Konsolidierung halten und ein weiteres Impuls-Leck starten, wäre hier bei 2280,90 eine lohnende SD-4. Und, ja, das sieht doch nicht schlecht aus. Mal gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass wir noch ein bisschen weiter konsolidieren. Aber da ist, denke ich, noch Potenzial da. Und wir schauen ansonsten mal, was das gibt. Euro, US-Dollar ist entsprechend runter, wenn der Dollar steigt. Wir haben hier den umgekehrten Retest von allen vier Daily SMRs gefailt und sind jetzt tatsächlich am Freitag auch drunter gebrochen. Bedeutet, der aktuelle Daily-Uptrend, der auch kein höheres Higher High geschafft hat, also wir haben hier das nicht rausgenommen, hat gefailt. Wir sind auf dem Weekly, wie ihr hier seht, auch eher in einem Down-Trend. Und vermutlich minimal testen wir hier bei 1,08 das vorherige Higher Low an. Können wir sogar vorstellen, dass wir hier runterbrechen, je nachdem, wie sich das Lala verhält. Aber ihr seht schon, dass wir nach diesem Higher High eigentlich ein Higher Low gebildet haben. Wenn wir uns das auf dem Weekly anschauen, sieht es langsam nach einer Trendumkehr aus. Wir haben hier das Retracement, das hatte ich ja vor ein paar Wochen angesprochen, eigentlich perfektes OTI-Retracement im bärischen Trend. Und ja, entsprechend sind wir da jetzt gelandet und gehen dann weiter. Kryptos konsolidieren, sind weiter im Down-Trend nach den Erfolgen. Das ist soweit verständlich. Gibt es wenig zu berichten. Gucken wir mal, ob hier die 50er SMR hält. Und auch bei Bitcoin haben wir sie noch nicht erreicht. Wir haben aber hier den Retest im Equilibrium gefailt und ja, krebsen jetzt hier lang. Das könnte eventuell den Käufer jetzt eintreten, nochmal einen Retest von der SMR 20 geben. Ansonsten ist das ein natürlicher Abverkauf, meiner Meinung nach. Ist jetzt wenig überraschend. Und ja, gucken wir mal, ob es da irgendwelche Neuigkeiten gibt. Es gibt relativ viele Kryptoneuigkeiten später. Auch leider wahrscheinlich ein paar negative Sachen für die Bitcoin-Trader. Aber sehen wir mal, wie das die kommende Woche die Märkte beeinflusst. Ja, DAX, neues Allzeithoch. Kann man eigentlich fast täglich jetzt sagen. Ja, seid vorsichtig. Ich trade ihn aktuell nicht mehr. Ist, ja, kann man schlecht argumentieren. Man denkt mal, er müsste mal langsam irgendwann was retesten oder zurückgehen. Aber der prescht einfach weiter nach oben. Unter anderem Rheinmetall sei Dank wahrscheinlich. Die Euphorie ist entsprechend gut. Und die Zahlen in der europäischen wie auch der deutschen Ökonomie verbessern sich tatsächlich auch. Also es ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Irgendwann wird es halt lächerlich. Aber gut, trade it in Trend und nicht dagegen. Bei Fuzzi das Gleiche. Wir sind jetzt hier tatsächlich aus der riesigen Konsolidierung vor allem aus dem Weekly-R ausgebrochen. Wir haben jetzt hier dieses alte Hai vom April rausgenommen vom letzten Jahr. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier mal das Allzeithoch antesten bei 18.30 rum. Ne, 8.000, nee, 8.040, 43. Zumindest mal drüber spicken. Das wäre jetzt nach diesem Ausbruch eigentlich notwendig. Vielleicht ein kurzer Rücksetzer, aber dann nach oben. Das ist, denke ich, auch hier das neue Ziel. Und ja, ansonsten relativ bullisch überall. Wettet nicht dagegen, solange es nicht fundamental Änderungen gibt oder sonstige Sachen. Gibt es da wenig gegen zu argumentieren. Und wir schauen mal sonst, was die Präsentation an sich so zu bieten hat. Und ja, einfach aufpassen an Permashorts. Auch wenn jetzt der größte Bären-Doser in der letzten Zeit ein Comeback feiert, heißt es nicht, dass man jetzt unbedingt bärisch werden müsste. Auch die Sentiments zeigen, dass einfach die Bären am noch nicht tiefsten Punkt sind. Das ist relativ wichtig. Genauso wenig sind die Bullen am höchsten Punkt. Also wir haben natürlich in diesem Bereich langsam Umkehr. Genauso gut hier, aber wir sind noch nicht da. Also da ist durchaus noch Luft nach oben. Wo zumindest argumentationstechnisch noch Luft nach oben ist, ist es auch in der Nvidia-Forward-PI-Wertung. Da sind wir eigentlich eher in einem 10-Jahres-Mittelbereich. Macht daraus, was ihr denkt. Aber viele behaupten ja, die wäre total überbewertet. Naja, je nachdem, welchen Metriken man folgt, lassen sich da schon noch einige Investment-Business-Cases wahrscheinlich einbauen. Und das ist generell das Thema. Die Forward-Profit-Targets sind einfach so extrem und die Gewinnmargen-Forecasts sind auch so extrem hoch bei vielen, vielen Firmen, S&P, dass einfach die Bewertungen gar nicht so extrem sind, wie wir uns vielleicht das angesichts der Zahlen, angesichts der aktuellen Rallye vermuten würden. Ja, also da einfach ein bisschen aufpassen und gerne auch mal Standard-makroökonomische Bewertungskriterien an die Hand nehmen. Es ist natürlich etwas überbewertet, aber wir sind noch nicht so extrem, wie wir vielleicht denken. Und für alle, die es nicht lassen konnten, an Mittwoch zu traden, vielleicht so ein paar historische Anekdoten von den aktuellen, noch aktiven Pit-Tradern, die sich jetzt im Retail-Trading auch versuchen. Man sollte da einige Habits vielleicht auch beibehalten und nach solchen Events traden an die ICT-Trader. Das sagt ja eigentlich auch ICT raus. Die großen drei sollte man nicht davor und auch nicht am Tag traden, sondern erst danach. Und vielleicht findet sich da ja ein Konsens über verschiedene Trading-Strategien hinweg. Ja, die Frage ist, wann ist das Top drinnen? Wir machen jetzt mal ein Vierfach-Leveraged, nachdem der Dreie offenbar nicht ausgereicht hat. Da wird jetzt auch kein Geld reingehauen, weil natürlich die Leute an der maximalen Rallye maximal verdienen wollen und es aber dennoch unter dem Deckmantel eines sicheren ETFs passieren soll. Naja, sei mal dahingestellt. Die Statistiken zu den Leveraged ETFs hatten wir ja auch schon öfters mal in der Kaffee-Runde. Macht es auf euer eigenes Risiko. Passt einfach auf, dass da nicht zu viel Portfolio-Size drin ist und freut euch, wenn ihr gewinnt. Ansonsten haben wir einfach die schlechten ins Kröpfchen. Also Apple und Tesla tangieren langsam unter ferner Liefen und mal gucken, ob sich da eine gewisse Spreu vom Weizen weiter trennt und ob wir bald von dem Magnificent Five sprechen sollen. Bei Apple hat es sich jetzt auch in den letzten Optionsstatistiken gezeigt, dass es tatsächlich weniger aktive Put-Buyer, sondern Call-Seller gibt. Das heißt, die Leute bauen da tatsächlich drauf, dass es noch ein bisschen weiter runter geht, um ihre Shares zu behalten. Ja, einfach aufpassen, nicht da den Dip zu früh zu kaufen, sondern da auch ein bisschen Fundamentalanalyse betreiben und da in kein fallendes Messer greifen, auch wenn das Messer sehr, sehr, sehr groß und sehr bekannt ist. Also einfach ein bisschen aufpassen. Ja, wir haben auch eigentlich ein bekanntes Thema, ob die Dividendeneinkommensstrategie jetzt überhaupt so funktioniert. Wir haben eine massive Outperformance, die auch historisch keine Vergleiche hat an nicht Dividenden zahlenden Aktien gegenüber Dividenden zahlenden. Das kann sich natürlich alles umkehren, das kann sich auch wieder ändern. Die Frage ist ja auch, wann die richtig großen Tech-Konzerne ihre Transition ein wenig zu den Growth-Kategorien machen und vielleicht eventuell Dividenden auszahlen. Ich glaube, da sind wir noch etwas davon entfernt, aber da ist die Frage, ob das überhaupt auch so kommt. So, da sind die Dividenden gerade für die Transition-Tech-Konzerne eine Sache der Vergangenheit und vielleicht wollen sie das auch nicht mehr. Das wird interessant. Letztlich ist die Strategie ja auch für die aktuelle Boomer-Generation sehr gewinnbringend gewesen, aber auch viele jüngere Investoren haben da ja Teile ihres Portfolios auch drauf ausgelegt und wir müssen mal schauen, ob das so weiter funktionieren kann. Ansonsten durchzieht das bullische Sentiment jetzt auch die großen Hedgefonds und die großen Investoren. Allekation ist am höchsten seit 2021 und seit der vermeintlichen aufkommenden Rezession und auch die erwarteten Profitmargen sind jetzt tatsächlich durch das Tal der Tränen hindurch und wir sind jetzt wieder bei einem net positiven Bereich angelangt. Sieht alles ganz gut aus, kann natürlich auch jetzt langsam ein Zeichen eines möglichen Tops sein, allerdings, wenn es noch so viele extreme Bären gibt, die vor allem noch Geld in ihren Portfolios haben, wird der Markt sich da etwas bezahlen lassen. Also da bitte auch nicht gegen den Trend schwimmen. Ich muss mal kurz Juni von den Blumen beziehungsweise den Orchideen abhalten. Kleinen Moment. Juni! Komm her! So, gut, machen wir weiter. Wenn wir kurz zu der künstlichen Intelligenz gehen, ich habe hier euch mal den aktuellen Gartner-Chart rausgekramt. Ist von 23, der 24er sollte bald kommen. Es ist auch ganz schön, da die alten Charts rauszukommen und zu sehen, wie viel das reingepumpte Geld in den KI-Bereich eigentlich diese Forecasts beschleunigt hat. Da waren mal noch sehr, sehr viel mehr gelbe Dreiecke, also über zehn Jahre erwartete Zeit vorhanden und die wurden jetzt einfach durch das ganze Geld, durch die Startups, durch die großen Investitionen maximal beschleunigt. Und jetzt haben wir einfach nur noch die AGI eigentlich, die jetzt da ein wenig groß prägnant herausspringt und zeigt einfach, dass wir da schon noch einen guten Weg vorhaben. Aber viele Forscher haben ja eigentlich nie geglaubt, dass sie bestimmte Entwicklungen noch erleben werden. Und jetzt sind sie doch recht zuversichtlich, dass es in ihrer Lebenszeit in den nächsten zehn Jahren passieren wird. Also da ist noch sehr viel Luft. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, dass Elon Musk ja eine Lawsuit gegen OpenAI gestartet hatte. Und da sind jetzt einfach die Gerichts-, ja, die vorgelesenen Fakten veröffentlicht worden auf Script. Und da gab es ein interessantes Zitat, muss man aber sagen. Das Zitat ist aus der Zeit, wo Altman geschasst wurde und wo dann diskutiert wurde, ob er direkt zu Microsoft kommt. Und da hat eben Microsofts CEO da mal ein paar Argumente liefern gelassen, dass es vielleicht doch stärkere Verbindungen und vor allem im Intellectual Property Bereich Verbindungen zu Microsoft gibt und dass Microsoft da jetzt gar nicht mal so blöd dasteht. Und wir haben ja jetzt auch gerade wieder neue Aufkäufe beziehungsweise die Bekanntgabe von neuen Microsoft-KI-Startups innerhalb des Konzerns, die sich jetzt um bestimmte Bereiche kümmern. Also da wäre es mal interessant zu wissen, wie, was da für Absprachen zwischen OpenAI und Microsoft ist und was da zukünftig einfach noch passieren wird. Also da einfach auch ein wenig den Player im Spiel haben. Und wir sind ja jetzt letztlich auf der Suche nach der General Intelligence und es gibt jetzt einen neuen Ansatz von einer japanischen Forschungsschmiede, die jetzt praktisch versuchen, die verschiedenen neuralen Netze, die es jetzt aktuell gibt, also Bild, vielleicht kommt dann mit Zora Video dazu, Sprachmodelle und generelle Modelle praktisch zu kombinieren, um dann ein besseres Modell herauszubekommen und die jetzt einfach viele, viele kostenlose Modelle praktisch kombiniert und eventuell auf diesem Wege auch eine Artificial General Intelligence zu erstellen, beziehungsweise dem zumindest nahe zu kommen. Das wird wahrscheinlich noch einige Jahre dauern, aber es ist ein spannender Ansatz, also praktisch die Modelle die Arbeit machen zu lassen und sich selbst ein wenig zu verbessern, indem sie die verschiedenen Aspekte zusammenzuführen. Also das könnte eventuell ein nettes Ziel sein. Habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, also Trump ist nicht in der Lage, beziehungsweise Trumps Legal Team ist nicht in der Lage, die Sicherheiten für die nächste Instanz hinzubekommen. Wenn sie das nicht schaffen, dann sieht es schlecht aus. Es gibt jetzt erste Bestrebungen tatsächlich für andere Cases, Teile seines Immobilienparks. Ja, sich einzuverleiben von staatlicher Seite und die dann zu verkaufen, um seine aktuell schon vollstreckten Urteile bezahlen zu können, beziehungsweise die Schadensersatzforderungen dann bezahlen zu können. Gucken wir mal. Also auf jeden Fall war wohl keine Versicherung bereit und auch keine Firmen, die das normalerweise übernehmen, bereit, da Trumps knapp halbe Milliarde aufzubringen, weil ihnen das dann doch zu heiß war. Es gibt jetzt Bestrebungen, komme ich gleich noch dazu, Truth Social eventuell an den Markt zu bringen und dadurch vielleicht eine Sicherheit zu ermöglichen. Mal gucken, wie das funktioniert, einfach wenn wir schon noch bei Trump sind. Es gab bei diesem Informanten, der Bidens Sohn da vor ein paar Jahren beschuldigt hat, der sich jetzt als nicht wahrheitsgetreu herausgestellt hat und da gibt es auch interessante, nette Verbindungen zu Trump direkt. Also man könnte vermuten und so weiter. Ja, bleibt bis jetzt hören, sagen, aber es gibt da so ein paar schöne Diagramme, die man sich mal ausführlicher anschauen könnte. Ihr könnt hier noch den genauen Artikel sehen. Manche könnten da ja eine gewisse politisch induzierte Kampagne vermuten. Ja, schauen wir mal. Ansonsten, die Rallye in den USA geht weiter. Paul liefert den Bullen wieder eine neue Hauptspeise und es sieht so auch so aus, als kämen so langsam die Sachen auch bei den normalen, in Anführungszeichen, Individuen in den USA. Also wir haben jetzt tatsächlich inflationsbasiert eine netto positive Gehaltsentwicklung, was dann eventuell wieder zu mehr Spendingverhalten führen könnte, um die Wirtschaft weiter anzutreiben. Also das scheint anscheinend eine ganz gute Entwicklung zu sein, die natürlich auch mit den Gehaltslohnen, also mit den Lohnverhandlungen, mit den Streiks, mit den Wagers Union und so weiter zusammenhängt, Workers Unions. Also das ist eine ganz gute Entwicklung, aber natürlich sind die Kosten weiterhin hoch und da kommen wir, glaube ich, später noch dazu auf jeden Fall. Ich hoffe, das etabliert sich langsam mal in so eine Mitte. Ich merke jetzt schon, dass einige meiner News-Kanäle versiegt sind, die jetzt halt wahrscheinlich auf Master-Lohn-Instanzen oder Sonstiges rübergewechselt sind. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ich habe da überhaupt noch kein Account oder Sonstiges, kenne mich da nicht aus. Aber auf jeden Fall verliert X mehr und mehr Nutzer in den USA und vor allem auch, ja, sagen wir mal, neutrale News-Betrachter gehen langsam immer weiter weg. Da muss ich mal gucken, wie ich denen begegne und genau das wollte ich noch zum True Social. Also Chris Ideal hat da mal so ein bisschen das analysiert und was da passieren könnte. Und das Interessante ist, also Trump braucht natürlich zur Sicherheit oder damit das Ding, wenn es den IPO'n könnte, eine gewisse Sicherheit. Und wenn das Ding jetzt durch eventuelle Spekulationen oder Short-Positionierungen Share-Preis verliert, dann geht auch die Sicherheit flöten. Das heißt, selbst wenn das funktioniert und eine Kombination praktisch funktioniert, dann könnte Trump nicht einfach die Shares, die er hat, dumpen, weil das würde den Preis runterhauen und das würde dann auch die Sicherheit wieder wegmachen. Also das wird, denke ich, eine interessante Geschichte in den nächsten Wochen werden. Wenn ihr da irgendwo drin noch seid, wir haben ja damals mit dem Übernachttrade da eigentlich ganz gute Erfolge gemacht. Passt bitte auf, das könnte in den nächsten Tagen recht volatil werden. Also da bitte auf eure Position achten, wenn ihr überhaupt welche habt. Wir haben ja durch Pauls Rede da einen starken Fokus auf die Arbeitsmarktsituation gesehen. Es könnte sich langsam eine gewisse Top-Bildung in der Arbeitslosen-Statistik an, beziehungsweise in den neuen Positionen-Statistiken andeuten. Wir sind allerdings natürlich auch auf einer maximalen Beschäftigung und wir sehen hier auch ein kleines Employment-to-Population-Ratio, die jetzt natürlich auch etwas geringer wird. Wir werden auch in den USA in den nächsten Jahren durch die Boomer-Retirement-Bewegung über 12 Millionen Jobs verlieren und mal gucken, wie sich das dann dort auswirkt. Die gibt es jetzt aktuell mal nicht, oder die Leute gibt es aktuell nicht, die die einfach so nachbesetzen könnten. Wir sehen das ja auch schon bei uns hier in Teilen. Also bald jedes Restaurant, in dem ich bin, hat praktisch Einlagen in den Speisekarten, dass die Leute suchen. Es gibt überall Aushänge. Es werden Sachen praktisch nicht mehr an jedem Wochentag geöffnet, sondern auf Grundpersonalmangel bleiben die an einigen Tagen zu und das wird sich in den großen westlichen Industrienationen wahrscheinlich einfach fortführen. Zu all diesen Statistiken gibt es dann eine Gegenargumentation. Wir haben ja auch gesehen, dass gerade die Federal-Zahlen immer nachkorrigiert werden mit jedem neuen monatlichen Datensatz und generell scheint anscheinend die Bereitschaft, an Umfragen teilzunehmen, immer weiter runter zu gehen. Das sind ja oft so Cold-Anrufe, die dann auch von Umfragefirmen da betrieben werden und das andere sind einfach Daten von den einzelnen regionalen Ministerien oder Stellen und generell scheint da anscheinend immer weniger Bereitschaft zu sein, die Dinger korrekt zu beantworten, was natürlich auch die Statistiken schwierig und weniger aussagekräftig macht und vielleicht auch eine Erklärung ist, warum das in den letzten Monaten, bald schon Jahren oftmals so diametrale Gegensätze gibt oder wenn irgendwas durch Umfragen angesagt wird, es dann überhaupt nicht so eingetreten ist beziehungsweise die Zahlen einfach nicht stimmen. Von daher einfach ein bisschen versuchen, aus verschiedensten Quellen die Infos zu kriegen und dann ist man eventuell auf der sichereren Seite. Wenn wir nach Europa gehen, also das ist mehr ein Joke als irgendwie alles andere. Ich kann mir vorstellen, dass das in den USA ähnlich ist. Also passt bitte auf, wenn ihr oder Familienangehörige etwas lauter spielen. Es könnte sich dann um einen kleinen Polizeieinsatz handeln, der dann auf euch gerufen wird. Also da einfach ein bisschen aufpassen. Wir haben hier die Muttergesellschaft von Novo Nordisk. Die werden jetzt mit Hilfe von Nvidia also in Dänemark einen großen AI-Cluster bauen, um da auch weiter dran zu forschen, um auch für den medizinischen Bereich da massive Benefits zu generieren. Das könnte also die schon absurde Bewertung und den Gewinn von Novo Nordisk noch weiter hochpumpen. Also das wird aber noch etwas länger dauern, natürlich in den nächsten Jahren. Aber da wird entsprechend auch Geld in die Hand genommen und Nvidia ist da also auch wieder Partner, was wieder auch für den Erfolg dieser Firma spricht. Also dagegen zu wetten, auch ein wenig vorsichtig sein, wenn wir im Norden bleiben. Haben wir hier mal von einem der größten Aktien-Renten-Fonds, wenn man es mal so nennen möchte, mal eine kurze Auflistung, wie es so aussieht. Und das geht so ähnlich auch in das Modell, was jetzt in Deutschland vorgeschwerbt wird, dass der Aktienfonds praktisch nur ein Teil oder der Aktien-Teil des neuen eventuellen Rentenmodells sollte es denn je so kommen und beschlossen werden und überhaupt auch nur ein Teil praktisch in diese Aktien-Sachen eingesetzt wird. Und ihr seht hier auch einfach diese Mischkalkulationen. Wir haben Treasuries von verschiedenen Ländern. Wir haben Fixed Income und dann haben wir einfach die Aktienanteile. und hier haben wir eben auch entsprechend heftiges Geld. Was im Umkehrschluss bedeutet, wenn mal irgendwann bei Einzelaktien oder beim gesamten US-Markt ein größerer Drawdown entsteht, dann kriegen die natürlich auch auf die Mütze. Also gerade der Fonds hat 2022 extrem schlecht performt. Kein Wunder, wenn man uns die Zusammensetzung anseht. Schweiz ist es zum Beispiel ähnlich und der Schweizer Nationalfonds ist von diesen fünf hier unten und auch anderen mit der größte Einzelaktionär. Das muss man halt immer bedenken, dass ihr da natürlich auch ein entsprechendes Tailor-Risiko habt. Und von daher finde ich das relativ gut, wie es auch jetzt bei uns angedacht wird, dass da eben nur ein Teil und ein weitaus geringerer Teil als hier, muss man auch sagen, da in die Aktiengeschichten reingemacht wird. Und naja, und sonst hier, starke Männer messen sich gegenseitig. Also das ist ja die Fotoserie von Macron, die ihr wahrscheinlich mitgekriegt habt. Und ich bin ja nicht hoffentlich der Einzige, der da versucht, irgendwelche Parallelen zu machen. Keine Ahnung. Aber gucken wir mal, ob es dann ein über der Kampfkünste hinweg kleines Turnier gibt. Nein, Spaß. Also ja, der starke Mann präsentiert sich natürlich entsprechend martialisch auch gegenüber oder vor allem mit seinen letzten Äußerungen, was Bodentruppen und so weiter angeht. Und er will jetzt einfach auch der starke Mann in Europa sein, ähnlich wie er der starke Mann in Russland sein möchte. Also die Bildersprache ist da auch nicht anders wie vor einigen hundert Jahren. Da hat man sich halt mit irgendwelchen Breitschwertern auf den Schlachtfeldern auf Pferden zeigen lassen. Und heute ist es dann eben so. Bleiben wir auf den Schlachtfeldern. Wir haben einerseits auf der Krim einen größeren Storm Shadow-Angriff auf Schwarzmeerflottengebäude. Und als Ritalation Strike gibt es jetzt aktuell wohl tatsächlich riesige Angriffe auf Lviv. Und die dürften von strategischen Bombern und Jägern auch mit Kinzhal-Raketen passiert sein. Und da gibt es momentan einfach die Explosionen und die Brände entsprechend. Und wir haben jetzt tatsächlich in dieser Woche das erste Mal offiziell, also von einem offiziellen Regierungssprecher, die Bezeichnung des Ukraine-Krieges als Krieg. Wird dann gleich nachgeschoben, dass das dennoch weiterhin eine Spezialoperation ist und so weiter. Aber der genaue Wortlaut war, sie befinden sich jetzt in einem Zustand des Krieges. Und aufgrund der Aktionen der NATO-Staaten kann man da von nichts anderem sprechen. Aber rein rechtlich sind wir immer noch in einer militärischen Spezialoperation. Im Zuge dessen, das war ja immer eine Schranke, dass weitere Mobilisierungen und weitere Bestrebungen praktisch immer von der Bevölkerung weggehalten wurden, weil es eben kein Krieg ist. Und jetzt haben wir praktisch das Announcement, dass jetzt neue Militäreinheiten ausgehoben werden. Und wenn sie denn auf voller Stärke existieren sollten, haben wir da mehrere hunderttausend neue Soldaten, die eben das gesamte Militär vieler europäischer Staaten vergleichsweise übersteigen dürften. Gucken wir mal, ob sie überhaupt in voller Mannstärke entstehen. Aber das sind zumindest mal die Proposals. Und zu dem terroristischen Anschlag in Moskau. Also es gab eben ja um den 8. März herum das Announcement der Amerikaner an ihre eigenen Bürger, dass sie da bitte in stärker bevölkerten Venues und so weiter aufpassen sollten. Das kam erst nachdem Russland praktisch oder Russlands Geheimdienst nicht reagiert hat, als der amerikanische Geheimdienst ihnen das praktisch gesteckt hat. Es gibt da bestimmte Protokolle, die die USA ja im Einsatz hat, dass man auch in Anführungszeichen befeindeten Staaten oder zumindest in konfliktbefindlichen Staaten, mit denen man jetzt nicht unbedingt grün ist, trotzdem sowas durchsticht. Und Russland hat da nichts gemacht beziehungsweise haben gedacht, dass sie mit so einer, also sie haben praktisch kurz danach so eine kleine ISIS-Zelle auch erwischt. Aber die USA haben explizit vor größeren Konzerten oder so weiter gewarnt. Und wahrscheinlich, so wird es jetzt zumindest kolportiert, hatten sie da auch eventuell Informationen, dass das, was eben am Wochenende passiert ist, eventuell bevorstehen könnte. Man muss dazu sagen, es gibt keine Berichte, das wird jetzt vielfach in den Medien behauptet, dass es jetzt eine akute neue Warnung gab, abseits dieser 8. März-Sache. Aber auf jeden Fall haben da die russischen Geheimdienste wohl ein bisschen geschlafen. Das ist natürlich jetzt auch, weil es auch Moskau getroffen hat, ja, wieder ein kleiner Schwachpunkt oder zeigt Schwächen in der russischen Geheimdienstarbeit. Deswegen ist Russland da jetzt ganz, ganz schnell dabei, die Sache auf die Ukraine zu schieben. Und da werden wir jetzt in den nächsten Tagen sehen, ob das als Grund genommen wird, weiter da reinzupacken. Aber momentan, zumindest so, was ich sehen konnte, deutet tatsächlich alles auf diesen ISIS-Ableger hin, auch wie die entsprechenden Nachrichtenkanäle aus dem arabischen Raum die Sachen pushen oder mit was für Bildern sie aufkommen und so weiter. Das sieht alles bekannt und auch authentisch in diese Richtung aus. Russland versucht es eben aktuell ein wenig zu framen. Gucken wir mal, wie stark sie damit erfolgreich sind. Generell haben wir weiterhin Geländegewinne auf russischer Seite. Die Ukrainer versuchen sich einzugraben. Hier ist ein ausführlicher Bericht, wie das im kleinen Bereich erfolgreich sein kann. Also was praktisch zu tun ist, um da auch mit kleinen Einheiten eine größere russische Einheit aufzuhalten. Können wir gleich hier nochmal durchsehen. Und ansonsten war ja auch jetzt abseits natürlich der Anschläge die Forderung von amerikanischer Seite an die Ukraine-Thema, dass sie bitte aufhören sollen, die russischen Raffinerien mit Drohnen zu attackieren, weil das ja den Ölpreis hochtreiben würde und überhaupt wäre das nicht so eine gute Idee. Okay, Ukraine hat dann gemeint, naja, also jetzt erst recht. Es scheint ja anscheinend in der Gestalt zu wirken, dass da jetzt offenbar politische Bewegung ins Spiel kommt und das bestätigt ja eigentlich die Effektivität dieser Angriffe und von daher werden sie weitermachen. Es wurden jetzt auch weitere Verfahren angegriffen und ja, das ist ein legitimes Ziel und wenn es anscheinend Wirkung zeigt, sollte man da wahrscheinlich auch das weiter vorantreiben, vor allem mit anscheinend geringen Eigenkosten, wenn es wirklich nur die Drohnen sind. Russlands Energiehaushalt könnte dadurch und auch durch solche Sachen weiter in Bedrängnis geraten und das ist ja auch letztlich das Ziel, praktisch den Krieg so kostenineffizient zu machen, das dann auf diese Weise vielleicht dem Einhalt geboten wird. Also China ist da anscheinend jetzt nicht mehr bereit, das Ganze cheap anzubieten, sondern da werden jetzt ein bisschen auch die monetären Daumenschrauben angezogen und das wird wahrscheinlich der US- und Energiewirtschaft jetzt nicht so gut gefallen, damit auch Einkommen unterzumachen. Wenn wir nach China gehen, an die Stahlbande, sollten sich vielleicht diese zwei Sachen hier mal ein bisschen anschauen. Einerseits ist wohl eine Überproduktion von Stahl momentan ein Problem, vor allem auch mit den geringeren Immobilienbauvorhaben. In China ist da einfach der Preis nach unten und wenn wir nochmal speziell auf Stahl als Indikator für den chinesischen Motor sehen, gibt es hier so einen kleinen Deep Dive, den ihr euch anschauen könnt und der einfach stark darauf referiert, dass man da einfach die Stahlproduktion und auch den Verbrauch unbedingt im Blick haben sollte, um zu sehen, ob wir einen Rebound in China haben und was das für die Weltwirtschaft bedeutet. Ansonsten hat Tim Apple jetzt den zweitgrößten Apple Store eröffnet mit einer Warteschlange von zigtausenden Besuchern. Er hat sich auch mit Regierungsvertretern getroffen und Xi Jinping wird sich in den nächsten Wochen auch mit vielen weiteren amerikanischen CEOs oder zumindest Vertretern treffen, um da eventuell weiter auch die Werbetrommel zu rühren, doch wieder weiter in China zu investieren und mal sehen, wie das da aussieht. Ansonsten sehen wir nach und nach anhand der Zahlen, es sind chinesische Zahlen, zwar über amerikanische Firmen, aber ja, man muss aufpassen, das kann noch alles, ja, nicht so ganz korrekte Berichte sein. Vermeintlich sehen wir einen kleinen Rebound, auch was die GP-Procasts und die aktuelle Entwicklung ausgeht, sieht es besser aus. Es gibt aber auch solche Sachen, die natürlich die ganzen Statistiken verfehlen. Also China hat wahnsinnig stark LNG voluminar aufgekauft, das dann aber nicht selbst benutzt, sondern haben dann ihrerseits ihre eigene Kohlenproduktion hochgefahren, um da den Energiebedarf zu decken und haben praktisch für mehr Profit das LNG an vor allem europäischen Märkte verkauft. Also hier ist auch so ein bisschen, damit lassen sich natürlich Handelsstatistiken auch ganz gut frisieren, in Anführungszeichen. Da muss man einfach generell ein wenig aufpassen, wie man dann solchen Zahlen Glauben schenken kann. Aber ja, sehen wir mal. Genau, das hatte ich schon erwähnt. Da gibt es eben jetzt demnächst ein paar Business-Meetings. Mal gucken. Und es gibt anscheinend einen riesigen Fraud-Case im Evergrande, die einfach ein wenig auch ihre Statistiken gefriert haben. Nicht gefriert, sondern frisiert. Und da könnte es eventuell einige Probleme noch auch in rechtlicher Natur geben. Und China hat ja jetzt auch schon öfters mal gesagt, dass sie da gnadenlos dagegen vorgehen werden. Also könnte es auch um eine Zerschlagung von Partnerfirmen oder dem ganzen Konzern oder weiteren Sachen gehen. Also Immobilienbereich in China ist weiterhin ziemlich schwierig. Und hier ist der Link doppelt, aber ihr findet ihn. Hier ist tatsächlich eine sehr schöne Übersicht über die letzten Jahrzehnte von Chinas ökonomischer Politik, wie sie praktisch die Transition hin zum vermeintlichen Kapitalismus, zum Staatskapitalismus, wie auch immer, geführt haben. Und was da so für markante Meilensteine gab und wie da die Ausblicke auch sind. Das Asian Century Stocks ist normalerweise paid, aber der Artikel ist zumindest heute komplett freizugänglich. Lohnt sich auf jeden Fall. Kann man sich da schön mal ein wenig eine Geschichtslässen geben. Und wenn wir zu sonstigen Themen ein wenig springen, zum einen, das war mir auch nicht ganz bewusst, es gibt anscheinend in Amerika eine einzige Mine für Quarz, die so hoch rein ist oder der so hoch rein ist, dass der für sämtliche Wafer-Produktionen eigentlich weltweit maßgeblich ist. Und da gibt es einen kleinen Artikel bzw. einen kleinen Thread dazu. Es gibt wohl weltweit kein einziges Vorkommen, was diese Reinheit bietet. Und deswegen ist das auch ein sehr kritischer Rohstoff, der überraschenderweise mal in den USA zu finden ist. Wenn ihr euch dafür Halbleiter oder sonstige Sachen interessiert, kann man sich das gut durchlesen. Und leider, leider, man merkt es ja an den Preisentwicklungen tatsächlich, dass die Kaffeepreise hochgehen. Immer mehr Leute wollen ihren Starbucks oder sonstige Kettenkaffee-to-go mitnehmen. Und die Produktion ist auch durch den Klimawandel natürlich entsprechend reduziert oder wird auch immer jährlich angegriffen durch irgendwelche Wetterereignisse. Ja, Preise werden teurer, aufpassen. Aber man sollte doch für Qualität einfach sorgen. Und pro Tipp, man kann sehr schlechten Kaffee in Anführungszeichen über Cold-Brew-Verfahren noch sehr, sehr gut machen. Also wenn die Säure weg ist, schmeckt tatsächlich der meiste, auch das Counter-Kaffee, sehr, sehr gut. Und das erreicht er eben am besten selbst durch Cold-Brew-Methoden. Folgt mir für weitere Kaffeetipps. Nein, also tatsächlich funktioniert wunderbar. Jetzt vor allem, wenn es heißer wird, kann ich das euch sehr stark empfehlen. Und einfach mal so auch Dimensionen und wie sowas aussieht, das ist praktisch der Laderaum eines LNG-Tankers. Einfach mal so, wie groß so ein normales Containerschiffchen ist und wie das Ganze von innen aussieht, wenn es dann mal ohne flüssiges Gas ist. Ja, kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was da eigentlich auf den Weltmeeren so rumschippert und was jetzt bei unseren neuen LNG-Terminals auch anlandet. Ansonsten kurz zu den, wenn wir schon bei den Tankern sind, die Sachen sind nicht vorbei, auch wenn es jetzt eher weniger in den Medien mehr ist. Wir haben jetzt über das Wochenende schon noch einige Angriffe auf chinesische Prachter gehabt. Aber wir haben einfach einen massiven Drop bei den Suezkanal-Überquerungen oder Durchquerungen. Die großen Versicherungskanzler weigern, sich speziell amerikanische und europäische Schiffe zu versichern. Und die ganzen Reedereien nehmen jetzt einfach die längere Fahrt ums Kap herum in Kauf, um das kosteneffizient einigermaßen zu machen. Und es ist immer noch besser, auch wenn es länger dauert. Je nachdem, wie lange das anhält kann, ist natürlich abermals die weltweiten Seehandelsströme auch beeinflussen. Da ein wenig darauf achten. Also das Thema ist nicht weg, auch wenn es gerade ein wenig aus der aktuellen Mediengeschichte verschwunden ist. Und kurz zum Goldpreis nochmal. Die ganzen Miner machen durch den hohen Goldpreis einen sehr, sehr starken Profit und können sich wahrscheinlich ganz gut refinanzieren. Wenn das noch ein paar Monate anhält, könnten da einige Erfolgsstories rauskommen. Ich bin auch noch in zwei drin. Muss mal gucken, wie die da jetzt in den nächsten Monaten performen. Habe aber auch kein Problem damit, die dann demnächst mal zu verkaufen. Aber es kann, wie vorhin gesagt, vom Goldpreis her noch durchaus ein wenig höher gehen. Ja, die Seitennotiz. Also Bill Gates hat ja in dieses Terra Power investiert oder ist da stark investiert. Und die werden jetzt bis 2030 ihren ersten Next Generation Atomreaktor bauen auf dem Gebiet einer alten Kohlemine. Sie kriegen, glaube ich, knapp zwei Milliarden an Förderung von der USA. Und das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren interessant sein, zu beobachten, ob sie es stationisch hinkriegen. Und wenn es denn stimmt, soll das wohl den eh schon niedrigen Atom, also Preis für Kilowattstunden im Atombereich, mindestens halbieren, wenn nicht vierteln. Und das könnte da auch durchaus interessant sein und den Energiehunger speziell für gewisse andere Firmen da auch gut reinbringen und natürlich die eigenen Rechenzentren da auch ganz gut bedienen. Also das wird wahrscheinlich interessant im Krypto-Bereich. Wir haben weiter massiven Inflow in die verschiedensten Bitcoin-ETFs, Outflow aus Gold. Das ist einfach ein Reshifting, auch wenn Gold natürlich jetzt gerade auch schön powert. Von daher ist da sicherlich auch eine gewisse Profitmitnahme dabei. Hier mal eine kleine Übersicht, welche Firmen denn die meisten Bitcoins halten. Ich bin dann doch froh, wo das zumindest unter den Top Ten meine Hives dabei sind. Die überleben da zumindest ganz gut. Aber ja, einfach nur eine kleine Übersicht. Das sind eben hauptsächlich auch die Miner, muss man sagen. Und da wird es spannend sein, wenn ihr da investiert seid, lohnt es sich tatsächlich von Earnings-Season zu Earnings-Season zu beachten, ob die gleich bleiben, ob sie mehr holen oder weniger, um da auch eine gewisse Strategie bei euren Minern zu entdecken. Und ja, da zu einfach aufpassen, auf welchen Börsen ihr tradet. Also das ist eine kleinere, also BitMEX ist eine kleinere Börse und die haben natürlich nicht so viel Kollateral, beziehungsweise wenn es eine riesige Order sind, dann haben die Probleme, den Kurs zu halten oder den Kurs zu stellen. Und da ging es darum, dass jemand auf der Börse praktisch recht kurzfristig und plötzlich Bitcoins im Wert von, ich glaube, 60 Millionen oder 90 Millionen Dollar verkauft hat. Und das hat den kompletten Standort überlastet. Und deswegen auf dieser Börse ging dann kurzzeitig der Bitcoin-Preis auf 8.900, bis sie in der Lage waren, sich praktisch da andere Kurse zu besorgen. Das könnte natürlich an dieser Börse dann wiederum einige Stop-Limits getriggert haben. Das war nur für einen Bruchteil der Zeit da, aber reicht natürlich aus, um Orders ausführen zu lassen. Also da immer ein bisschen aufpassen, wo ihr tradet und wenn möglich einfach auf Größeren zu traden. Das ist auch ähnlich, sage ich mal, das Problem bei irgendwelchen CFD-Firmen, da immer drauf zu schauen, wo eigentlich Handelsplatz ist. In etwas kleinerem Maßstab ist es ja auch bei unseren Smartbrokern so, wie groß eben die angehängten Marketplaces eigentlich sind und ob die so große Orders, wenn sie denn mal durchkommen, handeln können oder ob das nicht zu Preisdifferenzen führen kann. Das sollte man immer ein wenig im Blick haben. Ja, ihr habt hier eine relativ ausführliche Übersicht, was eigentlich dieses Bitcoin-Halving ist, wie es dazu kommt, was so die Technischen Hintergründe sind. Könnt ihr hier durchlesen. Ist von Coinbase, also ein bisschen biased, aber eine ganz gute Info-Grundlage, wenn ihr da überhaupt keine habt. Und das ist jetzt relativ neu. Haben wahrscheinlich die wenigsten mitbekommen. Es gibt jetzt eben einen Beschluss, im EU-Parlament anonyme Zahlungen an Kryptowährungen zu verbieten. Und das ist zwar noch nicht gesetzt, es muss jetzt erst nochmal bestätigt werden, aber es gibt momentan keine Anzeichen, dass es nicht durchkommt. Das könnte einfach, ja, wenn ihr da Wert auf anonyme Sachen legt, extrem Probleme bereiten und unmöglich machen und alle großen Börsenbänder mitziehen. Das ging so, eigentlich eben im Zuge dieser Bargeld-Obergrenze war das so ein kleiner Zusatz, den die wenigsten auf dem Schirm hatten. Der Piraten-Europa-Abgeordnete Breyer hat das eben hier nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt. Wahrscheinlich kommt es, es ist jetzt zu spät, das zu verhindern. Er und ein paar wenige andere haben sich dagegen ausgesprochen und dagegen gestimmt, aber die Mehrheit war eben dafür, weil es eben auch in Kombination mit dieser, mit den Anti-Geldwäsche-Gesetzen mit abgestimmt wurde. Von daher, ja, könnte problematisch werden. Wenn ihr darauf angewiesen seid, informiert euch da bitte drüber, bevor es zu spät ist und ihr da eventuell Probleme mit euren Börsen beziehungsweise Zahlungen habt. Und damit sind wir auch am Ende. Also erstmal natürlich noch ein bisschen visueller Katzen-Content, ein sehr schöner Bericht über Katzen in der Türkei oder wie es auch dazu kommt, dass auch Katzen im arabischen Raum zum Fastenbrechen mit dazugenommen werden, wie da die historischen Zusammenhänge sind, wie sie als in Anführungszeichen reine Tiere auch über die Jahrhunderte behandelt wurden. Kann man sich da ganz gut schön durchlesen und dann zu dem von ganz am Anfang also wenn verschiedenste Prop-Firmen extra FOMC-Reset-Angebote machen, lässt man das dann doch vermuten, dass es auf ihren Statistiken extrem viele Trader gab, die sich da ihren Account zerstört haben. Bitte passt auf, wenn ihr solche Events handelt. Es muss nicht sein. Ihr könnt danach alles super mitnehmen, aber auf irgendwelche Outcomes zu wetten, bevor die Sachen da oder bevor Jerome Paul auf dem Schirm ist, das lohnt einfach nicht. Da einfach das nächste Mal aufpassen und ich hoffe, eure Accounts haben überlebt. Das war's. Ich verabschiede mich in die Sonne. 35 Grad hoffentlich. Mal gucken. Ist mir ein bisschen zu heiß, aber naja, man kann ja auch passiv sich ein wenig bräunen lassen. Ich werde sehr wahrscheinlich die nächsten zwei Wochen daher keine Kaffeerunde machen. Vielleicht kriege ich was Kurzes hin. Ich schaue mal. Ich habe mit dem Video, was ich am Donnerstag rausgelassen habe, über die ICT, ob er traden kann oder nicht, habe ich gleich nochmal eins zum Strategie rauswählen aufgenommen. Das werde ich Mitte nächster Woche wahrscheinlich hochladen beziehungsweise freistellen. Da gibt es dann also noch ein bisschen was. Und ansonsten werde ich mal gucken, ja, ob ich irgendwas mache. Aber volle Kaffeerunden sicherlich diesen und wahrscheinlich auch nächsten Sonntag nicht. Wenn irgendwas ist, könnt ihr mich natürlich dennoch erreichen. Ich nehme zumindest einen kleinen Laptop mit. Und ja, hoffe, euch geht's gut. Passt bitte auf euch auf. Passt eure Portfolios auf. Und wenn ihr Kritik anregungen habt, gerne. Ansonsten sehen wir uns eben spätestens, wenn ich wieder da bin. Macht's gut. und bis bald. Ciao, ciao.